Ja, hallo, ich bin der Michael aus Deutschland und ich möchte mich ganz herzlich bei InfoCuzco für die tolle Reise bedanken. Das waren tolle vier Tage. Ich habe sehr viel erlebt, sehr viele nette Leute kennengelernt. Das Essen war super. Die Begleitung durch InfoCuzco war wunderbar. Ich möchte mich dafür ganz herzlich bedanken. Muchas gracias.